herzlich willkommen leute heute ein etwas anderes video und zwar heute geht es um drama ich kann hier empfehlen für jeden der sich nicht dafür interessiert jetzt einfach abzuschalten ja wenn euch nur in ernährung interessiert und sowas wissen dann schaltet ab weil das video ist nichts für euch ja schaltet morgen wieder ein morgen gibt es ein ganz spezielles video das wird ganz interessant von daher mal gucken wie das so wird und zwar geht es heute um einen stream der stattgefunden hat vor ein paar tagen und es war es ist erst es hat erstmal ganz normal angefangen ja das war ein stream auf dem kanal vom damian und der ist ziemlich eskaliert ja und darüber wollte ich heute sprechen auf diesem kanal auf diesem stream kam irgendwann so nach einer stunde kam ein maulwurf dazu ja also den stream kann man live beitreten und da kam halt ein maulwurf und zwar nicht das haupt maulwurf ja also definieren wir erstmal für den rest des videos ja es ich habe mal ein video gemacht über maulwürfe und da habe ich erklärt es gibt ich habe das vor zwei maulwürfen gewarnt ja die haben vegan im namen kämpfen aber gegen veganismus und zwar der haupt maulwurf ja da auch videos macht und so der den nennen wir maulwurf nummer eins und der maulwurf der in dem stream vom damian war den nennen wir mal maulwurf nummer zwei okay für den rest des videos so und dieser maulwurf nummer zwei ist halt in den stream reingekommen und in den live chat rein also live konnte sprechen im stream und da ging es dann auf jeden fall drunter und drüber ja er hat angefangen damian und daniel anzugreifen einige von euch kennen ihn vielleicht er kämpft schon seit jahren gegen den veganismus ja seit jahren ich habe den auch schon seit ewigkeiten gebannt auf meinem kanal auch schon seit jahren glaube ich ich glaube der hat bei mir auch noch nie irgendwas geschrieben ich habe den gebannt bevor er überhaupt jemals irgendwas schreiben konnte weil ich habe den ich habe es natürlich durchgeblickt ja ich sehe sowas ja ich lese die kommentare von dem und dann war mir das klar der ist auch auf den ich glaube allermeisten channels gebannt ja und man wird niemals ohne grund gebannt und auf jeden fall ist er dann in den stream gekommen hat halt den damian und daniel angegriffen und darüber wollte ich sprechen weil ich zum ersten mal gesehen habe wie die maulwürfe arbeiten ja also der war so gesagt eine bestätigung dafür ich habe es schon geahnt beim maulwurf nummer eins ja aber das war die ultimative bestätigung wie diese leute arbeiten und hier wollte ich erklären wie diese leute arbeiten es gibt zwei methoden mit denen die vorgehen das ist einmal imperfektion der aussagen also aussagen sind immer imperfekt sie machen ganz genau das gleiche wie low carver machen ja sie low carver wie widerlegen low carver studien von veganern indem sie sagen studien sind imperfekt ja aber diese studie hat nach größe nicht adjustiert doch hat sie ach so aber dann nicht nach gewicht doch hat sie aber dann nicht nach dies und das ja und so widerlegen die halt jede studie und kommen dann auch mit solchen sachen an wie korrelation ist keine kausalität solche sachen okay und dann das gleiche machen die maulwürfe aber die machen das mit aussagen jede aussage ist eine imperfekte aussage ja es gibt keine perfekte aussage und ganz genau das machen die sich zunutze indem sie dann zu veganern hingehen und sagen veganer du hast das und das gesagt aber das stimmt nicht ja das stimmt für diese person nicht das stimmt für diese person nicht ich werde euch noch allerlei beispiele dafür gleich im verlauf machen und der zweite punkt wie die vorgehen sie gehen von einer unendlichen dummheit der menschen aus ja also jeder mensch ist unendlich dumm und deswegen können die ihre argumente benutzen aber fangen wir einfach mal an es gibt in der stream ging los dass der typ erzählt hat also maulwurf nummer zwei erzählt hat dass seine freundin von kartoffeln zugenommen hat also es ging erst mal darum dass er gesagt hat ihr sagt ihr veganer sagt high carb low fat man kann unlimitiert essen ja und ganz genau damit hat er ein problem weil er hat gesehen zum beispiel an seiner freundin dass sie kartoffeln gegessen hat und jetzt von den kartoffeln zugenommen ja also ist fett geworden von kartoffeln essen ja und da das natürlich eine lüge ist ja er wurde bei im stream beim lügen erwischt ja der damien hat gesagt du lügst ja und ich sage auch hier auch das mit den kartoffeln hat er gelogen alle seine aussagen hat er sich zusammen gelogen und er hat gesagt sie hat von kartoffeln zugenommen dann ist irgendwann später im stream herausgekommen dass er dass er zu dritt oder sowas verbrauchen die eine flasche öl pro woche ne und dann versteht man auch warum er das gesagt hat warum er sagt ja ihr veganer sagt man darf unlimitiert essen aber das funktioniert eigentlich gar nicht ja weil der typ absolute unmengen an öl benutzt ja eine flasche öl für drei personen das muss man sich mal reinziehen die trinken ja öl das ist ja das ist ja absolut abartig ne und dann versteht man warum auch das gesagt hat weil der hat whole foods wahrscheinlich versucht unlimitiert ja hat alles in öl ertränkt und deswegen und das fett geworden wahrscheinlich und deswegen ist die aussage falsch dass man unlimitiert essen kann ja der hat das mit dem öl nicht verstanden ja und schiebt aber auf auf die vollwertigen pflanzlichen nahrungsmittel weil er ist ja gegen veganismus auch wenn er so tut als wäre der für veganismus er macht ja ganz genau dasselbe wie maulwurf nummer eins ja jede einzelne aussage in dem stream die maulwurf nummer zwei getroffen hat kam von maulwurf nummer eins die waren so identisch die aussagen dass ich im stream gegen ende des streams irgendwann gesagt habe erwartet meist das eine dieselbe person ja verändert er einfach nur seine stimme kann das sein mit einem stimmveränderungsprogramm ja erkennt kein mensch ja dass da ein programm läuft das sind die sind so perfekt die programme da kannst du dir jede stimme einstellen und er zeigt auch sein gesicht nicht ganz genau wie maulwurf nummer eins auch nicht ja und ich kann euch auch erklären warum die beide ihr gesicht nicht zeigen die zeigen beide ihr gesicht nicht weil sie weil du sie dort sonst im supermarkt treffen würdest und sehen würdest wie die hackfleisch und so einkaufen also tierprodukte ganz genau deswegen zeigen die ihr gesicht nicht weil du die nicht erkennen darfst ja maulwurf style ja falls jemand von euch nicht weiß was ein maulwurf ist ein also das kommt eigentlich aus der spionage ein maulwurf ist eine person also in dem fall jetzt arbeiten sind maulwürfe die geben sich als veganer aus die versuchen extrem so zu tun als wären die veganer indem die veganen in den namen schreiben und dann irgendwas mit tier noch in den tiergefühl oder sowas in den kanal namen schreiben und dann irgend so ein tier trauriges tier auge oder sowas nehmen ja um maximal den leuten zu suggerieren ich bin veganer ich bin so so ein krasser veganer ja und auf jeden fall die müssen so so stark wie möglich so tun als wären die veganer ja obwohl die natürlich keine veganer sind also die infiltrieren den veganismus von innen um ihn von innen zu bekämpfen ja das ist ein maulwurf ja da gibt sich als etwas falsches aus um etwas zu bekämpfen das kennt man aus der spionage bei der spionage nennt man sowas doppelagent und auf jeden fall sind alle aussagen die maulwurf nummer zwei getroffen hat alle kommen die von maulwurf nummer eins ja also entweder ist es dieselbe person oder das sind zwillings brüder oder sind einfach die aller dicksten freunde beide wahrscheinlich low carver beide wollen den veganismus bekämpfen ja tun die auch schon auf jeden fall maulwurf nummer zwei seit jahren und nur mal so zur zur klarstellung dann kam der nächste punkt also das mit dem kartoffeln das war schon mal ne damit hat er sich so und so aus manövriert aber der stream fang hat auch ganz komisch angefangen indem er irgendwie nichts über sich sagen wollte am anfang und danach meinte der irgendwie ich bin seit 20 jahren veganer kam irgendwie aus der pistole geschossen und ich dachte mir dann 20 jahre veganer du hörst dich an als wärst du irgendwie 22 oder so war ein bisschen veganer geworden mit zwei ja also ich sage mal einfach gelogen ja wenn man lügt benutzt man glatte zahlen sowas wie 15 15 20 und er meinte ich bin 20 jahre veganer wieder maximal suggerieren dass man veganer ist ja und auf jeden fall und er wurde ja beim lügen erwischt im stream ja damian hat ihn auch bezeichnet als du du lügst ja und ich sage auch der lügt ja da hat natürlich sich deinen abgelogen wie das mit den kartoffeln und 20 jahre vegan und er ist vegan und diese ganzen lügen die er da erzählt hat und dann der nächste punkt dann ging es weiter dann hieß es auf einmal dass es geht es ging um datteln und auf einmal hieß es dann ja mit datteln wird man auch fett ja und dann meinten die high cover natürlich nein und er meinte doch wenn ich fünf kilo am tag esse ja was macht ein hater mit einem veganer der zum beispiel sagt man darf unlimitiert kartoffeln man darf unlimitiert bananen essen ohne fett zu werden was macht ein hater ein hater macht folgendes er tut so als würde es den begriff sättigung nicht geben es gibt so etwas wie sättigung nicht kein mensch hat eine sättigung und deswegen weil du musst dem gegenüber irgendwie ans bein pinkeln ja du musst ihn irgendwie widerlegen irgendwie sagen dass das was er sagt nicht stimmt ja du gehst von einer imperfektion der aussage aus ja weil es gibt menschen die können ziemlich viele datteln essen zum beispiel der meinte dann auch es gibt menschen die haben kein sättigungsgefühl ja also er bezieht sich auf irgendwelche sondersituation von irgendwelchen menschen jeder normale mensch verspürt eine sättigung ja ich habe auch mal erzählt wie ich versucht habe mit juhl datteln zu essen und dass ich schon nach fünf stück ja dachte ich schon uhr das fängt an zu stopfen weil die so extrem süß sind und die haben ballaststoffe und ein normaler mensch verspürt ein sättigungsgefühl ja das ist ganz genau was ich mit dieser imperfektion der aussage meine ich werde euch einfach mal beispiele machen und so arbeiten diese leute ja wenn sich ein youtuber hinstellt und sagt es ist gesund in die sonne zu gehen ja dann sagen diese maulwürfe diese person hat eine falsche aussage gemacht diese person schadet der gesundheit anderer menschen sie ist eine schlechte person ja sagen die maulwürfe warum weil sie von einer imperfektion der aussage ausgehen sie gehen davon aus dass du sagst ja man soll in die sonne gehen aber was ist du hast nicht gesagt es gibt manche menschen die haben sonnenallergie du schadest diesen menschen ja sie nehmen einfach weil die aussage nicht perfekt ist weil du müsstest sonst unendlich weitere punkte nennen also du müsstest alle sachen abdecken sage ich mal du müsstest sagen es ist gesund rauszugehen in die sonne aber nicht für menschen mit sonnenallergie aber nicht für menschen die das und das haben aber nicht für menschen versteht ihr du müsstest eine perfekte aussage treffen und es gibt keine perfekte aussage weil die aussage dann unendlich lang wäre ich mache euch noch ein beispiel eine person sagt schwimmen ist gesund ja jetzt guckt irgendeine person ein nicht schwimmer dieses video und denkt sich oh der typ sagt schwimmen ist gesund geht raus versucht zu schwimmen im meer und ertrinkt ja jetzt wenn die maulwürfe hingehen und sagen diese aussage schwimmen ist gesund ist imperfekt ja weil dadurch menschen schaden nehmen können zum beispiel leute die keine arme haben ja leute die nicht schwimmen können ja deswegen ist deine aussage falsch du bist ein schlechter mensch du schadest der gesundheit anderen menschen indem du sagst schwimmen ist gesund verstehst du ganz genau so arbeiten die maulwürfe ihr kennt falls ihr maulwurf nummer eins kennt kennt kommt euch das bekannt vor weil er es in jedem video benutzt gegen jeden veganer ja er geht immer von einer imperfekten aussage aus und wirft das den veganern an den kopf ja ganz genau das habt ihr im stream gesehen falls ihr dabei wart da waren sehr wenig leute nur dabei die allermeisten leute wissen jetzt nicht wovon ich rede aber da waren irgendwas zwischen 30 und 50 zuschauer nur deswegen aber das war wirklich bezeichnend für maulwurf arbeit ja das war alles kam von maulwurf nummer eins jede einzelne aussage und auf jeden fall ging es dann wie ich gerade erzählt habe darum dass fünf kilo datteln meinte das maulwurf kann man nicht essen deswegen ist die aussage falsch man darf unendlich whole foods essen und was was man machen kann was ein sehr gutes system ist gegen diese leute die dann sagen ich sage zum beispiel man kann von äpfeln nicht zunehmen die person der hater sagt dann der nimmt das der nimmt sättigungsgefühl raus ja existiert nicht und sagt dann aber wenn ich 15 kilo äpfel esse nehme ich zu dann musst du folgendes machen dann sagst du isst du 15 kilo äpfel ja genau das musst du machen ganz genau das hat der damien gemacht der damien hat dann gesagt isst du fünf kilo datteln ja perfekt hat er es gemacht und dann kam der typ natürlich mit nein 500 gramm nur und daran siehst du es ist einfach nur es ist so hart lächerlich aber so funktionieren hätte habe ich schon hundert kommentare auf meinem kanal gehabt immer wenn du sagst du darfst das unlimitiert essen kommen hater mit extremen sondersituationen die im realen leben niemals eintreten ja weil die müssen dich widerlegen und dann vergessen sie einfach mal dass es sowas wie sättigungsgefühl gibt oder sowas ist ganz klar und die gehen von irgendwelchen leuten aus die krank sind ja die zum beispiel wirklich eine krankheit haben wo man keine sättigung verspürt ja und du musst dich auf diese menschen beziehen ja weil du musst eine perfekte aussage treffen ansonsten schadest du jede im perfekte aussage schadet und von daher schadet jede aussage die ein mensch trifft weil keine aussage perfekt ist aber diese maulwürfe müssen mit irgendwas arbeiten deswegen das haben sie sich von den low carb an abgeschaut ja ich werde euch hier das video verlinken wie low carb gegen studien vorgehen ja sie gehen von imperfekten studien aus ok und dann ging es halt weiter es gab dann auch ein stream ich werde euch unten werde ich euch diesen stream von dem ich gerade spreche verlinken der ist aber schon der ist rausgenommen wurden ich weiß nicht ob er ihn gelöscht hat oder auf nur privat gestellt vielleicht schaltet er den stream ja wieder frei das wäre super genial von damian aber ich werde euch den link hier reinsetzen ich habe mir den link gespeichert zum glück aber der ist nicht mehr verfügbar der stream ich werde euch einen zweiten link auch reinsetzen dort wird maulwurf nummer eins erwähnt und dann schreit der erste direkt maulwurf ja weil jeder jeder weiß wer wer der maulwurf ist ja und dass er ein maulwurf ist jeder weiß das natürlich und auf jeden fall gab es dann auch so ein stream wo maulwurf ich schreibe jetzt mal auf einen anderen stream ab wo maulwurf nummer eins auch gezeigt hat ja dass er mit dieser imperfektion arbeitet in dem der vegane germane er kennt ihr den super typ hat irgendwas geschrieben im chat ja irgendeine zahl geschrieben das macht maulwurf nummer eins immer ja du darfst keine zahlen nennen weil zahlen zahlen sind imperfekt ja und zahlen sind nie wirklich hundertprozentig genau deswegen prangert er immer leute für irgendwelche zahlen an also hat der vegane irgendwas geschrieben irgendeine zahl 14 prozent oder sowas und dann hat der maulwurf nummer eins sich auf den geschmissen ja und hätte das ein low carver geschrieben hätte er sich nicht auf ihn geschmissen ja der kämpft ja nur gegen veganer ganz wichtig weil er der typen maulwurf ist und auf jeden fall hat er sich dann hat er sich auf den veganen germanen gestürzt und hat dann gesagt nein diese zahl stimmt nicht wie kommst du auf diese zahl hat ihm angefangen vorwürfe zu machen und ja maulwurf style eben ganz genau diese imperfektion der hat da mehrere der hat ja in seinem video sagt er ja ja hier dieser vegane youtuber sagt so viel wasser wird verschwendet aber so viel wasser ist es gar nicht ja im perfekt die aussage für tiere wer wird so viel wasser verschwendet stimmt nicht weil ich glaube einfach an eine andere zahl ich habe andere quellen und deswegen bist du bist du schlecht ja und deine aussage schlecht und du bist schlecht für den veganismus sagt maulwurf nummer eins immer zu zu den ganzen leuten über die videos macht ja du bist schlecht für den veganismus du bist schlecht für die tiere ja kommt dann immer und ganz genau das diese zwei punkte hat er auch dem hat maulwurf nummer zwei dem dem daniel dem david vorgeworfen ja und da ist der david ziemlich ausgeflippt ja und der david weiß leider nicht dass maulwurf nummer eins das zu jedem sagt ja zu jedem über den er video macht er macht über alle veganer videos weil er alle veganer bekämpfen will weil er kämpft ja gegen veganismus ja so stark es geht indem er wie gesagt diese zwei methoden anwendet imperfektion und unendliche dummheit von menschen und auf jeden fall ja war das genau der maulwurf nummer eins der sich da auf eine zahl gestürzt hat ja ganz genau wie sein video über wasser oder da hat zum beispiel maulwurf nummer eins hat zum beispiel oder es ging auch in dem stream darum dass um eine youtuberin ja die heißt mut im bauch ja und die hat irgendeine aussage getroffen wenn man irgendwie sich pflanzlich ernährt von selbst angebautem dann muss man keinen b12 nehmen und dann ist das verkehrt das zu sagen ja weil man geht von einer unendlichen dummheit der menschen aus normalerweise wäre es so wenn ein mensch sagt ich ernähre mich jetzt nur von von meiner selbst angebauten produkten und nehme kein b12 dann würde ein normaler mensch sich irgendwann b12 testen lassen um zu gucken ob das funktioniert aber nein man geht von einer unendlichen dummheit der menschen aus und der mensch würde niemals darauf kommen sein b12 zu testen und deswegen ist die youtuberin mut im bauch so schlecht für den veganismus für die tiere und so ne das sagt maulwurf nummer eins irgendwie am ende von jedem video ja und das soll den tieren helfen sagte dann immer ne weil eine imperfekte aussage getroffen wurde für ihn im perfekt ne also ob die aussage stimmt oder nicht sei denn mal dahingestellt ja das spielt auch gar keine rolle ja weil die youtuberin ist eine gute youtuberin hat hundertmal mehr leute zum veganismus gebracht als beide maulwürfe zusammen ich meine die maulwürfe haben überhaupt niemanden zum veganismus gebracht weil die veganismus bekämpfen ja und die hat tausende hunderttausend mal mehr tiere gerettet als die zwei maulwürfe zusammen von daher gehen wir einfach mal weiter genau die beide beide benutzen auch keine kamera ja also das bedeutet ich kann euch erklären warum die beide keine kamera benutzen die benutzen deswegen keine kamera weil du sie sonst im aldi erwischen würdest wie sie sich tierprodukte hackfleisch und so in den wagen legen ganz genau deswegen haben die beide ganz zufällig keine kamera und bezeichnen alle die sich den nicht stellen als feiglinge ja aber jeder auf youtube zeigt sein gesicht außer die zwei maulwürfe nicht ganz heilsamer weise also sind die größten feiglinge von allen weil ich hinter einem bildchen verstecken müssen weil sie halt feiglinge sind und dann würdest du sehen dass es entweder eine dieselbe person ist oder dass du sie in der dönerbude erwischen würdest ja wie die sich gerade ein lamb döner kaufen ja ganz genau deswegen haben die beide keine kamera die sprechen sich auch gegen peta aus ganz wichtig ja ihr kennt peta die größte organisation die haben millionen von follower wenn man die haben in jedem land follower die haben im englisch also ja den den main channel hat über eine million follower und deutscher kanal hat über 500.000 follower und die haben wahrscheinlich den größten und besten impact überhaupt die die machen die allermeisten menschen zu vegan und die retten die allermeisten tiere und die zwei maulwürfe kämpfen gegen peta ja falls ihr das nicht wisst weil die von einer imperfektion der aussagen ausgehen die gehen wieder davon aus da wurde das gesagt und das ist nicht richtig ja und von daher benutzt man das wieder als argument gegen den veganismus zu kämpfen es ist so dass die aussagen von maulwurf nummer zwei exakt die aussagen von maulwurf nummer eins sind ja es ist entweder dieselbe person oder die haben sich wirklich abgesprochen ja oder diesen zwillings brüder oder beste freunde oder sowas weil jedes argument von maulwurf nummer zwei kennt man von maulwurf nummer eins ja er hat alle seine videos geguckt und gibt einfach nur die videos von maulwurf nummer eins wieder ja jedes einzelne argument kam von maulwurf nummer eins und wenn david das wirklich so schlimm findet dass er dass ihm vorgeworfen wurde dass er schlecht ist für den veganismus schlecht ist für die tiere dann sollte er mal ein paar videos von maulwurf nummer eins gucken und realisieren dass der typ das jedem vorwirft auch mir jedem von daher ja genau spricht sich gegen peta aus dann kam das argument von maulwurf nummer zwei im stream vasektomie ja vasektomie wird irgendwie von manchen veganern empfohlen und hier geht es wieder darum um unendliche dummheit der menschen der mensch kann nicht selbst entscheiden ob er das macht ja ganz genau das hatte damien den auch gefragt so ja sag mal denkst du es kann nicht jeder selbst entscheiden ja das ist aber natürlich kann das nicht jeder selbst entscheiden wenn veganer sagt vasektomie ist gut ja er hat das selbst gemacht oder sagt es ist gut dann ist das ein schlechter mensch ja schlechter veganer schlecht für die tiere weil er sagt für jeden menschen jeder mensch soll das machen ja weil menschen können nicht selber denken und da er sagt weil sie vasektomie ist gut wird jeder mensch das video sieht eine vasektomie machen weil menschen sind unendlich dumm ja sie können nicht selbst entscheiden ganz klar okay dann geht es darum ja hier habe ich ganz genau jetzt den punkt aufgeschrieben high carver vegane ich glaube dass auch im stream gefallen ihr er hat gesagt also maulwurf nummer zwei ihr veganen high carver seid schlecht für den veganismus ihr veganen high carver seid schlecht für die tiere ja deswegen sieht man zum beispiel auch mein kanal ja ich bin ja auch schlecht für den veganismus und für die tiere ja laut maulwurf nummer zwei nummer eins ja deswegen habe ich auf meinem kanal 3,4 millionen aufrufe ja habe an die 400 erfahrungsberichte wo leute sagen die sind veganer geworden haben auch ihren familien davon erzählt und jetzt ist die ganze familie vegan geworden also streut ja ich würde mal schätzen ich habe von den 3,4 millionen aufrufen über 1000 menschen zu veganern gemacht aber ich bin schlecht für den veganismus und so ne ist ganz klar könnt ihr in meinen erfahrungsberichten sehen werde ich euch unten verlinken sind unter jedem meiner videos verlinkt ja heißt die ergebnisse meiner arbeit und dann habe ich die kommentare von den leuten da eingefügt ja da kann man mal sehen wie schlecht ich für den veganismus bin und wie schlecht damian und david und alle für den veganismus sind weil ganz klar ja die die machen ja nichts für den veganismus ja die sind sogar schlecht für den veganismus ganz klar das ist dann und dann kam ein punkt der hat das nochmal extrem gezeigt wie krank diese leute sind ja in dem er gesagt hat und das ist wieder der punkt das imperfektion genau wie der punkt und zwar meinte der dann tatsächlich du könntest also meinte der zum david glaube ich du könntest okay sagen wir du hast 200 leute zu veganern gemacht aber du könntest 300 leute zu veganern machen ja hat er tatsächlich zu ihm gesagt das bedeutet nichts anderes als dass es was ich noch davor sagen muss dann meinte der auch bei david ist es zum beispiel im zimmer unordentlich die leute klicken weg weil es in seinem zimmer unordentlich ist ja so eine unfassbar oberflächliche grenzdebile aussage ist einfach nur unglaublich wisst ihr was ich gemacht habe nach dem stream ich bin auf davids kanal gegangen ich kenne fast alle videos 99% aller videos von david ich bin auf sein kanal gegangen und habe geguckt habe videos angeklickt und habe geguckt was hat david im hintergrund ich habe alle seine videos gesehen und weiß nicht was er im hintergrund hat hat wisst ihr warum ich das nicht weiß weil ich nicht oberflächlich bin ich habe noch nie darauf geachtet allgemein von allen youtuber die ich abonniert habe ich habe noch nie darauf geachtet was eine person im hintergrund hat wen juckt so etwas wie kann man so oberflächlich sein er hat gesagt leute schalten ab weil es bei dir unordentlich ist ja da kann man wieder sehen im perfekt es muss alles perfekt sein es muss im hintergrund perfekt sein ja hatte das hatte wirklich tatsächlich gesagt und dann hat er gesagt ja du hättest du hast 200 leute zu veganern gemacht hättest aber 300 leute zu veganer machen können weil bei dir zum beispiel nicht hinten aufgeräumt ist deine aussage nicht für alle leute zutrifft ja im perfektion im perfektion im perfektion wirkte ihm vor ja also kann man das so so sagen ja wenn wenn ich jetzt diese videos mache ich mache tausende von menschen zu veganern das spielt alles keine rolle weil bei mir ist das bett zum beispiel nicht gemacht ja ist jetzt gemacht aber sagen wir es wäre jetzt nicht gemacht da seht ihr da ist und so eine kleine falte im hintergrund keine ahnung wie man darauf kommt in hintergrund zu gucken aber gut man guckt in den hintergrund und sieht hier irgendwie das nicht so gut gemacht und deswegen bin ich ein schlechter mensch ich bin schlecht für den veganismus ich bin schlecht für die tiere und ich sollte keine videos mehr machen ja weil das ist nicht perfekt weil wäre diese falte nicht da würden mich ein oder zwei menschen mehr gucken und ich würde ein oder zwei menschen mehr vegan machen ja das gleiche gilt irgendwie dann meine frisur ist nicht ganz in ordnung wäre meine frisur besser perfekter dann würde ich mehr menschen zu veganern machen würde ich sagen okay es sind nicht so viel so viele tiere die getötet werden sondern ich würde eine genauere angabe machen dann wäre das besser für den veganismus und erst dann dürfte ich machen also ich muss wenn ich wenn du ein video also die aussage ist eigentlich wenn du ein video in youtube stellst ja und du bist du willst leute vegan machen dann muss alles perfekt sein muss perfekt aussehen perfekter hintergrund und du musst absolute perfekte aussagen treffen ja ganz genau dagegen so arbeiten die maulwürfe ja kennt ihr von maulwurf nummer eins wenn ihr maulwurf nummer eins kennt da geht es in jedem jedem video darum jemand macht eine imperfekte aussage ja und menschen sind unendlich dumm die können nicht selbst entscheiden du musst alle punkte abdecken für jeden mensch auf diesem planeten ja darum geht es in jedem video ist es immer das gleiche mut im bauch hat gesagt ja du brauchst kein b12 zu nehmen und menschen können nicht selbst entscheiden was richtig wäre oder was falsch wäre sie werden niemals ein b12 test machen und so und das ist es ist einfach nur krank als er wirklich damit ankam mit du hast 200 leute vegan gemacht aber du hättest mehr vegan machen können hättest du perfekter gemacht ja hättest du dein zimmer zum beispiel aufgeräumt ja das ist einfach nur krank ja das ist einfach nur krank wenn du ein video machst du wohnst in einer müllhalde du bist ein messi sagen wir deine haare sind durcheinander du bist unrasiert so wie ich jetzt ja und du siehst aus wie ein penner alles zerrissen und so und du setzt dich hin und du sagst etwas etwas gutes dann werde ich dich abonnieren ich eugen lichtblick werde dich abonnieren ja es spielt keine rolle wie du aussiehst wie dein hintergrund ist was auch immer es zählt was du sagst ja es zählt die message die du vermittelst das zählt ja ganz genau wie ich gerade gesagt habe ich habe noch nie bei irgendeiner person auf den hintergrund geachtet wie kann man auf so etwas achten hat man nichts zu tun hör doch mal zu was die person sagt anstatt auf den hintergrund zu achten ok und jeder hier auch ein aufruf an jeden wenn du egal wie unsauber deine aussagen sind wie dreckig es ist was für wie schlecht du aussiehst was auch ist was auch immer ja du hast ein auge meinetwegen völlig egal du sitzt im rollstuhl völlig egal ja und du machst ein video womit du auch nur eine person vegan machst dann tu es ja dann tu es du bist ein guter mensch du bist gut für den veganismus du bist für die tiere gut für die tiere ja das ist nämlich meine aussage ja ich gehe von imperfektion aus da jeder mensch imperfekt ist ich bin imperfekt ich mache imperfekte aussagen ich verplapper mich ich stottere in jedem video ok ich mache fehler ok ich habe zum beispiel das mit dem salz gesagt früher habe ich gesagt salz nicht gut ernährt euch salz frei ja und jetzt sage ich salz ist ok weißt wie man das nennt entwicklung ja dürfte man seine meinung nicht ändern wer ich nie veganer geworden dürfte man seine meinung nicht ändern werden wir jetzt immer noch steinzeit menschen entwicklung veränderung ja basiert auf imperfekten aussagen indem der mensch sich verbessert ja weil es gibt keine perfekten aussagen all right hier nur mal das dazu ja okay den witzigsten punkt überhaupt an an den maulwürfen vor allem an maulwurf nummer eins ist dass er immer allen veganern vorwirft ihr seid schlecht für den veganismus ihr seid schlecht für die tiere ja ihr trefft imperfekte aussagen ja und dann geht er hin ja und macht streams mit low carbon der ist ja der beste freund von low carbon falls ihr das noch nicht mitbekommen habt der macht streams mit einem low carbon wo die sich beide auf die schulter klopfen nicht gegeneinander videos machen miteinander ja die sind best friends macht er mit jemand der als kanal bild ein totes schwein hat mit einem kranz über dem kopf und daneben ein stück speck mit so einem macht der videos ja wo die sich gegenseitig pushen wo die miteinander arbeiten maulwurf nummer eins ja der etwas für den veganismus tun will ja indem er sein gesicht versteckt weil er tierprodukte ist streams mit low carbon macht und gegen veganer arbeitet in jedem video ja das sind maulwurf leute man muss schon man muss sich wirklich anstrengen um nicht zu sehen dass der typ ein maulwurf ist man muss sich wirklich anstrengend lustig finde ich auch wie er in seinen videos dann so kommentare zeigt er zeigt nicht irgendwelche kommentare sondern ein kommentar von einem low carb youtuber dann zeigt er den kommentar so ganz groß und redet gut über ihn damit auf seinen kanal findest er schickt der kanal name und das bild ist ja da neben dem kommentar so dass du auf den beim low carb auf den kanal gehst ja und den abonnierst und seine videos guckst und vielleicht denkst ja ist ja gar nicht so schlecht ja also er macht werbung unterschwellig werbung für low carb und es ist einfach wirklich man muss sich anstrengen um das nicht zu sehen ja dass der typ man ein maulwurf ist man muss sich einfach nur anstrengen lobt natürlich low carb ist ganz klar und lobt nur low carb ja das ist genau wie das mit vegane germane der hätte sich niemals auf jemanden gestürzt der der fleischesser ist aber sobald ein veganer eine aussage macht stürzt man sich auf den weil ist nicht perfekt okay dann kam noch so ein punkt der auch der absolute knaller war der meinte ja also maulwurf nummer zwei meinte ja der der wie heißt der artilla hildmann oder sowas ist gut für den veganismus weil der der bietet auch und jetzt kommt der bietet auch für nicht veganer etwas an hat er gesagt ja also für nicht veganer das hört sich so an als wer wollte er sagen ja nicht vegan kann man ja auch machen verstehst du ja sowas kann nur ein maulwurf sagen was machen veganer sie kämpfen dafür dass menschen sich vegan ernähren sie ernähren sich ja schon von tieren da kannst du nicht sagen ja es ist okay sich so zu ernähren verstehst du nee es ist nicht okay so sich so zu ernähren wegen den tieren wegen der umwelt wegen der gesundheit soll sich so ernähren der tatsächlich gesagt artilla hildmann ist so gut weil der auch nicht vegan anbietet ja damit hat er sich eigentlich hat er wirklich die maulwürfe alle beide auffliegen lassen und hat wahrscheinlich von maulwurf nummer eins ganz schön kloppe bekommen ja für die show die er veranstaltet hat der hat sich einfach verplappert ja da hat sich einfach verplappert und genau oberflächlich habe ich schon drüber gesprochen so genau und was der damien dann auch noch in dem video ich bin gleich fertig mit dem video was der damien auch noch in dem video gesagt hat ist zum wege zum maulwurf nummer zwei ist ich habe noch hat damien gesagt ich habe noch nie einen positiven kommentar von dir gesehen ja das schreibt seit jahren nur konter gegen veganer ja und das ist auch der punkt dass auch das was maulwurf nummer nummer eins macht ja das sind leute die wirklich die so sind so negativ ja die sind so zerfressen von hass ja die konzentrieren sich nur auf negatives nur auf hass und dieser hass basiert halt darauf in dem man zu veganern geht und sagt ihr trefft imperfekte aussagen und menschen sind unendlich dumm ja weil die nichts für sich selbst entscheiden müssen und ja du kannst nicht sagen jeder soll essen so viel er will weil es gibt menschen die haben zum beispiel kein sättigungsgefühl oder sowas von daher bist du schlecht für den veganismus ja die sind so von hass zerfressen der david hat das auch gesagt ja der david hat auch gesagt du strahlst so eine negativität aus ne ja sich da wirklich hinzusetzen jahrelang vielleicht jeden tag sich hinzusetzen und kommentare zu schreiben gegen veganer ja das muss man mal erst mal schaffen sie sind alle beide genau wie maulwurf nummer eins sind extrem unsympathisch ja die sind die haben so etwas negatives sowas wirklich schon man könnte schon fast sagen wie eine aura ja du hörst sie und du fühlst einfach nur so eine abstoßung gegen diese menschen ganz genau das hat der david gesagt er gesagt du bist so unfassbar negativ ja du hast du hast du irgendwas negatives ja das haben maulwürfe an sich die sind unter unterschwellig haben die so einen so negativen ton irgendwie drin es ist einfach nur ekelhaft ja es gibt auch keinen einzigen keine einzige person die ich so ekelhaft und unsympathisch finde wie maulwurf nummer eins und es gibt auch keine person die sie so schlimm ist für den veganismus wie maulwurf nummer eins ja er kämpft ja am allerstärksten gegen den veganismus sogar es gibt keinen einzigen low carver der so sehr gegen veganismus kämpft wie maulwurf nummer eins gibt es ja nicht low carver die machen mal ein video gegen veganismus oder sowas aber der maulwurf nummer eins der sitzt ja wirklich da und und ist nur am hetzen ja und er findet auch lügen in ich habe da in den kommentaren solche lügen gelesen über verschiedene personen da hat er sich wirklich zu sachen zusammen gereimt ja aus dem kontext gerissen und alles mögliche es ist einfach nur unglaublich da findet wirklich eine einzige hetze statt und es ist ja ich bin eigentlich fertig ja das ist das was ich euch sagen wollte ich werde euch hier unten einen link verlinken auch wo jemand hier den maulwurf nummer eins erwähnt ja und dann schreit der erste direkt maulwurf ja weil jeder weiß wer der maulwurf ist ja jeder der sich in der szene auskennt weiß wer der maulwurf ist aber ich werde euch auch einen den link vom stream unten verlinken aber der funktioniert nicht weil der stream runtergenommen wurde vielleicht wird der damian den stream ja wieder irgendwie veröffentlichen und dann kann man den stream doch noch mal sehen aber so viel dazu das wollte ich euch mal sagen leute ja ich sag noch mal das war auch das letzte video das zu dem thema mache okay aber achtung vor den vor den maulwürfen leute habt euch wirklich haltet euch fern von diesen menschen ja sie infiltrieren den veganismus sie bekämpfen den veganismus ich hoffe es hat jeder der im stream dabei war hat hat es jetzt erkannt ja noch offensichtlicher geht es überhaupt nicht okay und von daher leute vielen dank fürs zuschauen haltet euch fern von maulwürfen ernährt euch gesund checkt meine erfahrungsberichte aus ja wie ich menschen zu veganern gemacht habe hunderte von menschen und das sind nur menschen die mir geschrieben haben es gibt ja auch noch die die mir nicht geschrieben haben okay und das ist wahrscheinlich der der noch größere teil aber von daher leute vielen dank fürs zuschauen viel zu langes video aber das musste mal gesagt werden es war ein einziges clown fiesta von daher leute vielen dank fürs zuschauen haltet euch fern von maulwürfen ernährt euch vegan und wir sehen uns im nächsten video peace ciao Vielen Dank.